einen schönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen let's play die sims 4 mit familie gold also einer der justin gold und die curly gold ich finde den namen voll schön hat einer im community mir den namen vom den namen finde ich super schön also wir wohnen jetzt hier in new quest ich hoffe es funktioniert und wir werden jetzt erstmal ein häuschen bauen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020